... 1, 2, 3, 2, 2, 3 Ra, ra, la, la, la Ra, ra, la, la, la Ra, ra, la, la Ra, ra, la, la Ra, ra, la, la Also ich tauch jetzt noch einmal ab Dann tauch ich noch einmal auf und dann gibt es ja euer Bestes. Ich habe ein gutes Auge und ein gutes Gedächtnis. Hanna Serra! Seid ihr gut drauf? Ja! Warum? Nein, das war nur ein Witz. Wenn ich wo auftauch, dann ist Stimmung. Ja! Ja, recht hast du, Masi. Da windet sich der Gaudi-Wurm. Ja! Ja, da dreht die gute Laune am Rad und wer jetzt nicht gut drauf ist, wie er vielleicht da da hinten. Masi, nimm dir ein Beispiel an deiner Couch, die muss auch mit jedem Schoß zurecht. Guten Abend, ich bin die Angie und ich bin eine freie Frau. Ja, ich sage das aber besser dazu, weil manchmal merke ich das nicht. Wisst's, ich bin eine Mama, ich bin verheiratet, aber ich sage es euch, mein Mann, der ist total liberal. Der sagt dir weh, Angie, ich weiß schon, ich bin anstrengend, die Kinder sind anstrengend, aber du, du bist doch eine Frau in der Blüte ihres Lebens. Ich bitte dich, leb dich aus, sei ein ungestümmes Pferd, sei crazy, sei das verrückte Viech, was in dir drin ist, lauf raus in die Welt und sei wild. Jetzt ist 8 Uhr und um 10 Uhr bist du wieder daheim. Jetzt ist ja das Mitmachen auch eine bayerische Urtugend. Und Renten und hier, Wörlischwang, das passt ja zusammen, und da lasse ich jetzt eine Fantasie, wie das genau zusammen passt, aber ich bin sicher, dass wir das super hinkriegen werden, gell? Und ein Saugleisch und ein Hühnerfleisch und ein Trunk vor einem Algenweid und der Orsch von einem Gendarmen, das kommt eine Fristerei und der Orsch von einem Gendarmen, ist es im grünen Wald, wo sich der schwarze Zigeiner aufholzt, wegs dem Urachs, der Axt, bei der Axt, bei der Zähne, schmeiß auf den Schmolz in der Muttenarm, in der Grünverdacht, nach warm, in der Fröhne, was nicht mehr, holz, hacker, alle Schwiegerwolder, Hewold, holl, schild, he, holl, rüchtei, hollerei, hollerei. Ich fühl mich, was ich fühl mich, mittlerweile als Ministerpräsident und Parteivorsitzender, wie ein liebender Landesvater. Äh, äh, eher wie das Vater. Na, Liebe, hast du nicht, Liebe, mit der Botschaft komm ich mir ein wenig nach vor, in Bayern, wie der Messias. Aber, äh, der Einwanger hält schon die Nägel bereit. Der niederbayerische Judas ist Bauernböschler. Der geht mich sofort ans Kreuz nacheln, wenn ich die in der Zäsurenfehler mache. Äh, äh, du, als Jesus am Kreuz, ja, äh, da hättest du auf jeden Fall ein schönes Kostüm für mein Züchlein. Äh, 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 ich bin der Hubert Hailunger. Im Ort das Dämon, ich schiebe Walter Zöwer ins Obseids Wenigkorn. Äh, 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 äh. Oh, 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 Wer sind Sie denn? Ich bin die Natascha Kuhn. Ah, äh, 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 der ihr so wirklich red. Nein, ich bin die bayerische SPD. Oh, oh, Liekesgesiedel, da hilft nur eins, abschieben. Servus. Wie oft lieg ich im Bett drin und denke mir, schlafen. Die wollen einfach nur schlafen. Und wenn es ganz schnell wird, dann denke ich mir, Mensch, ich gehe reinschlafen, bis ich gehe noch. Oder zumindest, wenn ich schnarche, dann wird das nicht. Nach 13 Jahren Ehe, nach 13 Jahren Ehe, erlaube ich mir, in den ersten 5 Minuten an jemand anderen zu denken. Wenn es zum Beispiel schnell geht, soll der Dini an dem Brett pitten. Und wenn es ein bisschen länger dauern soll, dann sieht man gar nicht. Aber wisst ihr, an dem ich dann gedacht habe, an den Elias entbarrt. Jetzt ist der Dini, dieser wunderschöne Mann, aus Fakio Goethe 1, Fakio Goethe 2, Fakio Goethe 3, Fakio Goethe 3. Der ist so vielseitig. Und dann habe ich gedacht, der ist ja so wunderschön. Bis ich ihn dann meine, echt. Ich sage es euch, der ist ja, so ist der. So groß ist der, ja? Und wahrscheinlich braucht der auch noch Einlagen in seine Schuhe, dann muss man gedacht, der Tomis sind 20 Meter alt. Der hat ja einen so kleinen Fress und so kleine Beine und so, und neuer Bauch und so, und neuer Nacken. Sag's euch, wenn der eine riesen Erektion hat, dann fällt der automatisch nach vorne. "...dose zue 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 zue... Oh! Es san ganz, ganz viele Winterinreife, aber bei Gott nicht alle. Wir wollen zum Abitur, um zu Matura, wie der Österreicher sagt, und ich sag's immer vorher, Leuten mit den Dritten. Vielleicht einfach mal in einer Runden aufsetzen. Denn wir sollen uns jetzt hier die Haft gereden fürs Arzt. Und bitte als eiserne Regel niemals den Nachbarn direkt ins Gesicht. Der Sepp wird den Postschnitzschweb gestell. Jetzt hat der Bläh vom Rot sein Brett. Und den Korunk in aller Welt. Hab in dem Glas mein Schnitzschweb gestellt. Der Sepp wird den Postschnitzschweb gestellt. Jetzt hat der Bläh vom Rot sein Brett. Und den Korunk in aller Welt. Hab in dem Glas mein Schnitzschweb gestellt. Ja, die sind ein bisschen zuwärts und bist wohl überbewertet. Magst du gern Wurschen, die gut blasen? Und watschen, tanzen, Lederhosen? Ja, wenn du das magst, bist du nicht nur cool, nein, da bist du auch schon. Der König Ludwig und der Siedlmeier und auch der Mosi war ein schwuler Meiner. Und auch ein Wolper tragt gern Rockerl und auf dem Kopf dann rosa Lockerl. Wer einen Geschmack hat und Kultur, ist schwul und bayer von Natur. Und steig nicht nur gern auf hohe Gipfel, sondern auch gern auf harte. Wir sind eigentlich in der Duschenbring gestanden, um die Sachen zu machen, um auch attraktiv zu sein. Was Frauen heute machen? Rasieren, oder? Rasieren an den Beinen, an den Achsen und da und da, nervig, oder? Gut. Gut. Immer sehr vorne so viel wie möglich. Ich wollte nicht auch schon wie ein Kind. Nur so ein bisschen an der Seite, damit ein solider Witterstreifen zeigt, wo die Straße lang geht. Aber ich sag mir, dann ist das Problem. Dann seh ich's. Dann seh ich's. Eins, zwei, drei, vier. Mindestens vier graue Schamhaare. Und ich denke mir, oh mein Gott, jetzt geht das da unten an los. Die ist doch nichts von L'Oreal. Ja, ich glaub, es gibt ja alles eine Ferne. Aber ich hab noch nie den Fernseher eingeschalten und gehört, ah, ich bin eine ungewühle Frau und der L'Oreal Erdgeschoss ist doch... Einmal hab ich Lust und drau den Spieß herum. Bin ein Kuckin von Traurigkeit und heut mich da. Schau mir auf die hübschen jungen Mann da um. Weil ein paar Verkallung mir das Knüttel da. Ist dann der Luigi mit seinem ganzen Chore drum auf der Empore. Woll grad mal Amore. Ah, ich hab so weit, dass er mich nach Sizilien nahm. Kommt mein Gott geschossen und fangt lauthäuser zum Krach. Wir sind aber auch hier. Oh, ich bin ein Wundersche da. Ich wollte sich selber die Hügel ins Rätten kann. Wo geht er hin in den Tür und mich den Schoss verlassen, genau. Ich sag's mir, es ist so, wie sie da waren, wir sind nicht alle, die von uns getrennt haben. Ich muss sie selber, die zu retten kommen, obwohl wir wissen, dass der eine nicht aneinander kommen. Es ist mir, es ist so, wie sie sagen, wir sind nicht alle, die von uns getrennt haben. Ist das wirklich schon so spannend? Soll ich das was, ja, ihr seid, ein strebes Schluss für heute? Oh, hier ist es, das war die Strenz, was ist? Wie war das? Wie war das? Oh, Angela, du süße Biene, komm doch, du uns auf die Bühne, leider klatscht, dann kommt sie raus. Angie, das ist ein Applaus, die Angela Asche! FrauPierrewer, folgenden Finger, der prier denЫb dort umgebringt, dann bist du doch, wir lieben dich, unser allerlieblings Vieh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da rollen wir! Leiden kommt's hier des Begriffen, dieser Sand wie dieser Schiffer, die euch durch den Ohren geigen, wo auch jetzt holen wir uns aneigen. Die Bayerische Grill, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bayerische Grill, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank! Dankeschön!